Hallo und willkommen zurück bei Siedler 3, wo wir jetzt schon nach einer Stunde, äh, ja, schon etwas von der Karte besiedelt haben. Und mit dabei sind diesmal wieder der Casey auf meiner Seite, hallo. Hallo. Und auf der gegenüberliegenden, gewissermaßen bösen Seite, der Don Krümel. Und der Bumsi. Hi. Der Siedler Krümel. Der andere Krümel, der mit wenigstens seinen Teamkameraden zuerst. Ich dachte, ich dachte, wir bist so professionell, das ist wieder das Abfall. Das war jetzt meine Gefühle. War kein Tag aus. War kein Tag aus. Nimm die wo oben das auch noch ein. Nehmen wir nichts mal ein. Wie ist es? Weikst du etwa? Ich mache mir da jetzt einen Pentagramm und wische mir aus Adan. Ich arbeite ja schon. Ich weiß nicht, wie ich für das... Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen hier... Stein. Dem, dem ich das als Asiat klingt. Ich brauche mehr Steine. Ah, da arbeiten Esel. Sehr gut. Kompanie Esel arbeitet. Sehr gut. Freut mich. Was hier? Ach, da fehlt noch ein Holz. Ach, genau. Ich denke da noch mal ein Holz hin. Die nächsten sind schon fast fertig. Was ist da los? Hä? Bitte, bitte rechts aufpassen. Bumsi, bumsi, bumsi. Reicht, 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 reicht. Wo, wo, wo? Ja? So. Ah. Weißt du, was ich meine? Jo, jo. Ich habe sie da viermal gespielt. Ich weiß. So, ich brauche mal wieder den Träger verschieben. Huch. Was ist da los? So. Da hin. Das gute Träger schubsen. Das ist echt gleich was da. Cool. Goal. Kann man gleich hier Stein zu Eisen machen. Noch mehr Stein. Wahrscheinlich kann ich auch ein bisschen Holz da hinschicken. Die Esel. Beschweren sich nicht so. Na, schauen wir mal. Jetzt liegt das Gold hier, weil er da irgendeinen Scheiß macht, ne? Ach, genau. Esel. Was soll das? Genau, hier nimmt er auch was mit. Das Gold muss da auch weg. Äh, 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 äh. Das muss nach oben. Ach so, ganz nach oben muss es vielleicht auch nicht unbedingt, aber... Egal, so, ganz nach oben muss bewegt werden, ne? Na, gut. Haben wir das geklingelt. Ne, ganz nach oben will ich das auch nicht haben. So, ich hab 8, 3, 7... Irgendwel zupft bei mir. Angst. Ich speichern. Auf gehts an. Der wiegt das scheiß Gold da weg. Los. Als habt ihr aber bloß steil rumgeschubst. Ach ihr seid so eine Helden der Arbeit. Kann ich das eigentlich... Ah. Mitbewohner. ... ... So, ich glaube auch mal wieder so ein paar große Wohnhäuser. So, mit paar meine ich so fünf. Ganz rechts hat einer, glaube ich, eine aufgemacht. Bitte guck doch mal. Yo. Was jeder rechts immer so macht. Nee, hört keiner. Okay, super. Immer noch Spitzhacken. Was ist da los? Lecker Stein. Trag das Stein hin, Esel. Trag das Stein. Alles, was wir machen, ist wieder da. So, mache ich jetzt noch irgendwas? Ich kann noch mehr Brot backen. Das wäre verrückt. So, ich glaube, ich mache es sogar. Ich kann da noch mehr Steine abbauen. Nee. Das muss reichen. So, ich werde Brot bauen. Brot bauen. Moment. Obwohl 17 ist eigentlich auch für die Anzidermin, die ich habe, ist das fast schon zu viel. Ich meine, irgendwann ist halt mal der Punkt erreicht, wo die nicht mehr weitermachen. Vielleicht brauchen wir mehr Waffelschmieden. Waffeln. So, Waffelschmieden. Da. Los, Waffelschmieden bauen. Schnell. Lecker Eisen, guck mal. Oh Gott, nicht schon wieder. Und langsam reicht's. Was denn, wie schon wieder? Achso. Die machen das mit Absicht, die mobben dich. Bestimmt. Was? Was? Ich habe kein Wasser mehr. Oh Gott. Oh mein Gott. Schnell, Wasser. Oh, mehr Wasser. Noch haben wir genug Brote und sowas überall rumliegen. Ist nicht das Problem im Moment, aber... Oh mein Gott. So, ich bleibe mal noch ein paar Fischis. Hä? Irgendwie bin ich gerade... Gut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Oh, kein Schluss. Was, wenigstens ne Schafe-Mitbewohnerin? Äh, nee. Okay, yeah. Und auf... trinken gehen, also... Oder ich sag mal vollmilch trinken gehen, hatte ich jetzt gar nicht. Das kam ein bisschen zu überraschend. So, ich glaube, ich werde mal hier ein paar der Destillen abbauen. Ich brauche die jetzt nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Und im Tempel werden auch welche abgerissen. Ich brauche noch ein bisschen Gebetskraft. Ich brauche da nicht so viel von und die schlucken Kohle und Kohle würde ich lieber für andere Sachen benutzen. Ja. So. Es gibt immer noch Eisen rum. Moment, nicht so viel. Kann ich noch Waffenschmieden bauen? Ich habe erst 14. Ich glaube, ich kann noch per mein Waffenschmieden unterhalten. So. Ich glaube, noch jede Menge Eisen rumliegen. Wann benutzt das niemand? Oh, es liegt noch über... What? 100 Eisen? Na, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil das ganze umlaufbefindliche Eisen auch mit dazu zählt. So. Mist. Ist mit dem Wasser mal jetzt ein bisschen unnötig. Können wir natürlich mal ein bisschen gottblöckliche Gaben machen. Wenn ich immer Ehe bin. Ich muss wieder 7er Sohle schicken. Oh, Moment. So, da ua. Ich glaube, ich darf da nicht so viel auf einmal schicken, weil das dann alles wieder kurz zurückgeht. Ach, du liebe Güte. Das will ich mit dem ganzen Bienenwachs. Schauen wir mal. Wie viel vorläuft das bei ihm besser als bei mir mit den ganzen Soldaten, ne? Alter. also mit dem ganzen honig viel weiß ich aber nicht egal so ich glaube ich könnte noch mal hier die nahrungsproduktion da unten aufmachen muss ein bisschen zeit so ich habe schon mehr als die bäckereien habe ich 8 auf 17 könnte noch ein bisschen was aber nicht viel machen wir es hier machen wir noch vier aber gespeichert haben wir ein paar mal ja ja das warten dass es weitergeht das spiel wird ausgleichen das spiel verlassen Was? Echt jetzt? Ja. Butterfoss. Oh Gott. Ja, okay. Aus und safe, ne? Aus und safe, ne? Eine kleine Verbindung oder sowas. Ja. Oder gemobbt vom Mitbewohner. Keine Ahnung. Also ich hab keine Ahnung. Ja, dann unterbrechen wir jetzt diese Folge. Was? Jetzt kommt der nächste, okay. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal, wa? Jawohl. Good job. Okay, hab ich auch noch brauche. Ich hab keine Ahnung, mein PC liegt eigentlich an.